Man ist ja oft irritiert, wenn man dann die Gesichter zu den Hollywood-Stars dann plötzlich sieht, von den Stimmen. Sein Name ist Bunninggans. Das Gute an der Sache ist, es ist ein Hörspiel, man kann die Augen zumachen, dann sieht man sie nicht mehr. Also, kommen, Augen zu, hinhören. Ciao.